Das ZIF ist der zentrale Dienstleister der WWU rund um die IT und bietet eine ganze Menge für Studierende. Unser Serviceangebot reicht von der Bereitstellung von Software und WLAN über PC-Arbeitsplätze bis hin zu Software-Schulungen und Beratung. Deine Nutzerkennung ist die Eintrittskarte in die digitalen Services des Studiums. Mit ihr hast du Zugriff auf Online-Literatur und Vorlesungsunterlagen, kannst dich zu Veranstaltungen und Prüfungen anmelden und vieles mehr. E-Mail ist der verbindliche Kommunikationskanal zur WWU und zu den Dozenten. Jeder Studierende erhält zu Beginn des Studiums eine persönliche Uni-E-Mail-Adresse. Diese lässt sich auch unkompliziert in unserem Nutzerportal meinZIF anpassen. Auf deine Mails kannst du ganz einfach über die Mail-App deines Smartphones, das Webinterface oder ein beliebiges E-Mail-Programm deines Laptops zugreifen. Schnelles WLAN steht in fast allen Bereichen der Uni zur Verfügung. Egal ob im Hörsaal, in der Bibliothek oder der Mensa. Auch in vielen Außenbereichen findest du das Funk-Netzwerk mit dem Namen WWU. Dort kannst du dich ganz einfach mit deiner Nutzerkennung und deinem Netzzugangspasswort einloggen, das du einmalig im Nutzerportal meinZIF festlegst. Studenten der WWU erhalten das komplette Office-Paket inklusive Word, PowerPoint und Excel sowie Windows. Software für Literaturverwaltung und Statistik sowie Virenschutz gibt's kostenfrei. Du willst deine Software-Skills erweitern? Egal ob Einsteiger oder Profi, wir bieten für jeden den richtigen Kurs an. Immer praxisnah und kostenlos. Von Office bis Bildbearbeitung. Kurse finden regelmäßig während des Semesters und in der vorlesungsfreien Zeit statt. Die Anmeldung erfolgt online über unsere Webseiten. Auf jeden Rechner und jedes Smartphone gehört Skibo, die Campus Cloud. Mit ihr können Dateien auf mehreren Geräten synchronisiert und mit anderen geteilt werden. Außerdem lassen sich Dokumente direkt in Skibo erstellen und simultan bearbeiten. 30 GB Speicher bekommst du obendrauf und das alles kostenlos. Deine Daten bleiben dabei sicher und in deinem Besitz, da sie auf unieigenen Servern gespeichert werden. Dein PC macht nicht, was er soll? Du kommst mit deinem Handy einfach nicht ins Uni-WLAN? Und wie konnte man noch gleich ein Literaturverzeichnis in Word erstellen? ZIP, Nutzerberatung. Grüezi, guten Tag. Keine Panik, wir helfen dir. Ruf uns an, schreib eine Mail oder komm zu unserer Beratung vor Ort. Auch unser Team vom Service-Schalter hilft bei allgemeinen Anliegen und Fragen. Wir freuen uns auf dich. Ruf uns an, schreib ein, schreib ein, schreib ein, schreib ein, schreib ein.